Hallo, mein Name ist Katja, ich komme aus Leipzig. Bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich noch nie in einem Gottesdienst. Dann hat mich eine Kollegin zu einem Gottesdienst eingeladen. Das war der 7. November 1998 und ich weiß, auf dem Weg dorthin hatte ich einen Gedanken. Ich will wissen, ob es diesen Gott wirklich gibt. Ich weiß nicht mehr, worum es in der Predigt ging, aber am Ende kam die Frage, wer ist hier und wer will Jesus kennenlernen. Da habe ich mich gemeldet und habe mit jemandem zusammen gebetet und habe damit Jesus in mein Leben eingeladen. Was sofort passiert war, ist, dass ich wusste in einem Moment, ich hatte eine Sicherheit, diesen Gott, diesen Jesus, den gibt es wirklich, der ist real, der ist lebendig. Das zweite, was passiert ist, ich hatte das Gefühl, ich bin wie zu Hause angekommen. Ich muss nicht mehr suchen, sondern in diesem Moment war die Suche beendet. Ich bin angekommen bei Jesus. Ich bin ganz klar, was bread, das ist wirklich, dass ich ein Gefühl zu sein. Zografischlies beendet wurde,